Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie den nicht mitnehmen. Vielen Dank. Der ist toll geworden, ja. Ich glaube, 7.03 war toll. 7.03, genau. Sie waren auch da. Wieso haben Sie mich gesehen? Nein, aber sonst wüssten Sie das nicht. Knapp 3.700 Euro. Das ist nicht so schlecht für mich. Ach, sicher nicht. Achso, das ist der Wind. Ich dachte schon, das hängt einer hoch. Das ist ja blöd. Das lenkt noch ab. Ich bin da für eine Kundin, habe aber keins abbekommen. Und trotzdem riecht der Herr Stubmann vorher an und sagte, wie ist es? Kommen Sie und kann ich noch irgendwas für Sie tun? Und also die mühen sich das schon. Nee, das ist schon okay. Und es war auch ja kribbelbass und voll. Die Halle war ja wirklich voll mit interessierten Leuten. Verdippt ja auch die Preise. Man macht ja auch keine Schlachtpferde-Auktion, oder? Eben. Dann Augen zu und weg.